Vor 10 Tagen habe ich zwei teure Kameras mit Bewegungsmelder und Aufzeichnung bei unserem Haus abgeschaltet, da das Aufzeichnen von Verbrechen nicht ganz rechtens ist. Dann habe ich das lokale Überwachungssystem mit Verbindung zur Polizei gekündigt. Ich bin auch aus dem Verein der wachsamen Straßen Mitbewohner VDWS ausgetreten. Jetzt habe ich eine pakistanische Flagge in meinem Garten an den ersten Masten gehisst und an dem zweiten Mast die Flagge des islamischen Staates IS hochgezogen. Seit gestern überwacht jetzt die Polizei mit mehreren Beamten rund um die Uhr mein Zuhause. Ich habe mich noch nie so sicher gefühlt.